Und alle Freunde der erzgebirgischen Backkunst, Segret, guckst du in die Röhre? Suchst du einen Stollen? Suchst du einen Stollen in der Röhre, oder? Der Stollen kommt woanders her. Das mit dem Stollen zusammenhängt, das habe ich schon nirgends gelesen. Wir sind ja auch hier an einem bergbaulichen Projekt, dem Tehlersberger Stollen. Bei Pant-Erbisdorf, zwischen Pant-Erbisdorf und Oberschöner. An der Strieges gelegen. Die Gesamterstreckung des Stollens läuft sich auf über 50 Kilometer. Genaue Werte sind nicht bekannt, da zu unterschiedlichen Zeiten auch unterschiedliche Stollenstrecken in Betrieb waren. Und man also zum Beispiel um 1800 also noch mal vermessen wurde und es auf knapp 50 Kilometer brachte, man gewisse Passagen nicht mehr vermessen konnte. Tehlersberger Stollen. Entwässerungsstollen des Brander Bergbaureviers. Nicht zu verwechseln mit dem Stollen, den man mit len.en schreibt. Und es besteht auch die Möglichkeit vom Mundloch aus, dass Besucher ein kleines Stück in diesen Stollen hineingehen können, um einmal zumindest das erste Stück des Stollens zu besichtigen. Stollenberg! Stollen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020